als die konzerne pokémon uraniem let's play das letzte mal hat mir so oft normal lange story das war schrecklich zu viel und jetzt bin ich einfach nur hier raus und meine pokémon endlich wechseln wieder chaotix ins team holen und so und dann können wir schon mal richtung mehr story also ich habe mir irgendwie so gewünscht ja ich will nicht nur story haben und dann kommt einfach mal so viel story oh mein gott das war ja man sollte wohl ein bisschen aufpassen was man sich wünscht ja und so ja wir können jetzt eigentlich fliegen was nämlich cooles ein bisschen spät war jetzt ist nicht mehr so wichtig aber egal oh man so wir müssen irgendwie auf route 8 oder so route 9 oder 6 oder victory oder auch gute ah hier oben aha ich verstehe fuck okay ich hab von hier aus es ist so gefährlich da hinten fliegen aber da muss ich doch hin gottverdammt doch mal egal diese friedliche musik ist da ich verkackt das timing ziemlich hart ja ja egal so jetzt können wir mal schauen wie das mit diesen typen ist ninja dann macht hat mir gesagt du sollst zu kinami village die fenster sind du interessiert? oh mein opa hat gesagt dass ich will dass ich zurück zum dojo gehe okay dann nimm dieses geschenk an dich wir sehen uns bald wieder powerbud ninja jetzt ist die frage wo sind die ganzen ninjas das ich weiß gar nicht soll ich das googeln also nicht jetzt sondern halt dann oder anders weil ich werde ich so alleine die finden und es wäre halt so ein kleines extra oder eine kleine nebenfest und bevor ich jetzt wirklich zehn stunden lang irgendwo rumlaufen nichts mache es wahrscheinlich schlau es zu googeln Oh ey Upsa Ich will hier durch Ich war jetzt noch nicht sicher hier allein Was? Du Oh Aha 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 Könnt ihr bitte euren fetten Hintern wegbewegen Ich erschieße euch gleich Mann Musste ich jetzt schon wieder mit irgendjemand reden oder was? Wirklich Super Ja hier ist es ja Wenn ich nicht daneben laufen würde So Okay Ich hab's kapiert Ich rede mit euch und dann ist alles gut Richtig? Richtig? Du Wann sagen Rain ist voll Bla bla So kurz gemutet gehabt Und dann Und dann Du spielst hier von Pokémon Rain ist so stark Bla 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 Du musst nicht so viel reden Du kannst auch einfach sagen Sollen wir los? Und dann sag ich ja Und dann gehen wir los Also da redet ziemlich viel Ist das das wichtig? Seit dem U2 Inzident in Kanto Oh Also cool Wir haben über U2 geredet Aber wenn Rain Ach alter Du Nein aber nicht so viel Warte Minuten Warte Minuten Terminate Du wirst es töten Du wirst es töten Doch Route 7 Ich bin so dumm Meines hat er doch gesagt Warum merke ich mir sowas nicht Das war zu viel Story Mein Gehirn ist Mein Gehirn ist Matsch Matsch Matsche pipi kacke Ja Okay auf Auf nach Route 7 land Wo ist denn Route 7 land Ist hier Route 7 land Hier ist Route 7 land Okay Einfach nur nach unten Dann ist alles gut Alles ist gut Alles ist gut Wie ein schlechter Rocky Ich kämpfe nur mit guten Rockies So Dann können wir auch gleich Ein paar Schutz einsetzen Ich habe keinen Bock Jedes mal Doofe Schimmelviecher Zu finden Die uns aufhalten wollen Die eh nichts können So Ähm Was sind jetzt diese doofen Hä Da ist ne Höhle Wann ich schon immer da Was soll PP ab Ähm Okay Gut Mir ist auch nicht Einfach mal ne Höhle Cool Egal Wir wollen hier lang Und das soll dann Ja Er sagt Hast du dich teleportiert Oder Egal Juli Endlich Halt mal Bist du bereit Juli Ja Los lass uns so Hingehen Das sind ganzen Pokémon Und alle nuklear Und bla Kein Problem Also Willst du los Na klar Endlich Los Geh aufs Boot Wenn du bereit bist Wee Kschst Das ist Kettin Vom Hazard Team 1 Verstanden Laut Und clear Sir Wir sind auf Aufm Weg zur Hazard Zone Juli und Theo Sind Juli und Theo Bei euch Ja Juli und Ich bin sie Sind hier Sir Ich meine Ich meine Ja Sir Gut Ihr werdet euer Equipment Ihr werdet Equipment für diese Mission brauchen Boot Storage Case Das sind die Sachen Die Sachen Die Findet ihr Pokébälle Weil sie neue Eine neue Art von Experimenten Von neuen Bällen Die unser Read Search Team Hier entwickelt hat Das hat ein ziemlich gut Für ein Nuklear Pokémon brauchen Wow Juhu Tolle neue Technologie Ja Und Das Wichtige Hier zum Schluss Der Hazard Suit Ja Darf ich das jetzt anziehen Wann gibt es nur einen Ihr sehen könnt Es ist nur ein Prototyp Aber Er funktioniert Ziemlich gut Der Rest Von euch Auf diese Mission Die Reste Von euch werden Gasmasken Und Radiation Shielding Glothing Anziehen Aber der Hazard Suit Ist etwas Spezielles Wir haben es Auf den Blueprints Entwickelt Von der Höhenregion Das wird euer Körper komplett schützen Wieso Höhen Von dem radioaktiven Fallout Das hat ein Ganz viel Techno Geblabber Blabla Vollwichtige Tolle Sachen Und Communicator Und Geolocator Okay Dann können wir sehen Wo ihr seid Und mit euch Reden Yay Juli Ich will Dass du ihn anziehst Ich hätte ihn ja selbst getragen Aber Wie es aussieht Bin ich ja voll am Arsch gerade Also los Benutzen Ja Ich wollte den Suit anziehen Aber ich weiß auch Warum dich gepickt hat Juli Du bist der Bessere Trainer Von uns beiden Ja Ich wusste es Er hat es zugegeben Opfer Okay Ähm Ich habe euch beide Tolle Rangers gemacht Von Grund und so Juli Ich weiß schon Du musst mich Stolz machen So jetzt Jeder Mission Ist es Das Powerblend Zu infiltrieren Und Kurier Zu finden Sie aufzuhalten Weile lang Und sie vom Legendären Pokémon Oh Weghalten Aber dann müssen wir das wahrscheinlich Fangen mit diesen Bellen Oh Nice Das ist Das ist Voll echt Und so Ja Die Zukunft Der Region Es steht auf Das Spiel Ihr seid Die Tandors Besten Und Hellsten Wir werden Ich glaube Ihr seid die Besten Bladmachst Yay Jo Meine Ja Lala Lala Dum Bam 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 Toll Ups 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 Warte Brr 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 Keine Ahnung Ich hab kein Geräusch für Laufen Ich kann nicht Ich kann nicht rennen Wow Toller Anzug ich kann nicht machen einfach mal so radioaktiv verseuchten gedürzt ich nehme einfach mal die gasmaske dann geht es mir gut das ist kelly und juli theo hört ihr mich ja nicht pass ja die hasardzone erreicht ok gut erstes ziel ist die power blend im nordwesten soll anfangen er soll auf dass nichts passiert und wahrscheinlich werde ich immer nur gern pokémon angegriffen aber die rangers werden sie flecken euch sicher zu halten kapiert gut luck los juli lasst uns zu powerblend gehen ich werde los zuerst losgehen hier ist bestimmt noch nie was doofes passiert wenn man alleine los geht nein können wir denen helfen hallo da kommt da und damit hey diesen neuen capture styler funktionieren wir können jetzt wohl das alleine machen da sind wir jetzt nur so du wie funktioniert der hasard studio ein bisschen schwerer daran sich zu bewegen aber du bist komplett geschildet von der radiation ja wir werden wahrscheinlich alle irgendwelche posttraumatischen probleme haben und wir alle sterben in kürzer zukunft deswegen aber ja wir machen das für dich ja ich weiß ich könnte ja mit marcy jetzt voll draufhauen aber ich glaube der gegner schneller egal schauen wir mal sind wir schneller oh easy easy es müsste jetzt ein one hit sein von marcy einfach gegner vernichten super einfach mal xps schnappen habe ich schutz an das keine seite sie trotzdem durchkommen weil die höheres level und verdammt ekelhaft barriette schrecklich so war wieder kurz gemütet und das hier sollte das sollte auch vierfach effektiv sein gleich oder auch nicht sonst hätte er über die half live aussieht moment half live bedeutet es einfach nur gegner habe aber wenn ja dann ja ja perfekt gut gleich mal ein und ich setze erst mal einen ok es aussieht hat mir doch keiner eingesetzt weil ich weiß aber auch nicht ob die wirklich perfekt jetzt funktiv nein ich habe körper vergessen was ist das man ich frage mich ob ich irgendwie wegfliegen kann oder ob irgendwie zu fett sind ich will einfach mal weg dann halt so und der gegner ist so dumm ist weg mit ja liebsten würde ich jetzt gern wegfliegen ich weiß aber nicht ob ich hier wieder her kommt ich habe einfach mal körper vergesst so ein dreck und hier komme ich gar nicht erst lang ok hab's kapiert so schauen wir mal vielleicht schutz funktioniert nicht marcy ist zu schimmelig gerade sein level ist zu klein das war mein darf weiter schreien nein ich will dich oh man 1000 xp wenigstens geben die hier viel xp lohnt sich sogar ein bisschen so gibt es ja auch irgendwo orte wo wir geheilt werden hey du ja klar sie können der halte mich perfekt und so kann ich nicht ja oder doch kann ich jetzt einfach hier wieder oder pc ja danke so danke also wichtig ist es nicht noch ohne spielen können aber es passt doch nicht mal wir müssen auch mit unserem kompletten team die story durch dings so alles wunderbar ja so wunderschön dann schauen wir mal wo wir jetzt gleich hinkommen wahrscheinlich müssen wir danach wieder nach unten und das doof ist dass wir nicht rennen können warum nicht was soll das man und hier haben wir einen gegner gefunden der schneller ist der aber zum glück keine schaden macht aber sich boostet was mir ein bisschen angst macht was antikkraft oder was war das denn so was die scheu ist morgen auf der bild ist von nicht immer die gegner bitte sein hat bad aus zum glück ich wollte gerade sagen zum glück macht nicht viel schaden aber wenn uns flincht dann ist es natürlich nicht so cool wie setzte seine großen rad radio attacken sein uranium was seine nuklear attacken nicht ein die sind nämlich glaube ich sehr effektiv auf marcy wahrscheinlich sehr effektiv auf alle möglichen pokémon oder sehr effektiv auf drache zum glück haben wir relativ viele highlight items ihr könnt natürlich immer zurücklaufen muss zu halten aber egal hey juli da bist du ja du bist wie ein in diesem ding das ist ziemlich cool aus muss ich schon sagen aber ich denke ich habe was cool gefunden folgt mir aber sei ruhig dieses pokémon hast du es jemals gesehen sieht nicht aus wie andere nuklear typen ich habe noch nie so was gesehen wir sollten versuchen zu es sieht ganz schön eingehaltig aus ach scheiße es ist weggerannt na ich hab's hab ich's ich hab Angst gemacht ich wollte es fangen oh oh auch optimal zu kämpfen oh Moment mal das ist ja mehrere booken eh achso das ist wie mehr trainer zusammen ich verstehe easy peasy so aber können wir erstmal nehmen lassen ich glaubt der kann uns eh nicht viel Wenn Oh Wenn er die Nur diese eine Attacke hat Oh Oh Oder so Nicht schlecht Jetzt Können die wahrscheinlich mehr Pokémon wieder herholen Nein? Okay Oh shit Heieieie Au Geht's noch? Ma Paralyse perfekt Shad Skin Oh Ist egal Nimm Flora's eh schneller Und wer ist kein weiteres Oh okay Shit Egal Einfach Hyper Potions einsetzen Unsern Kumpel wird dir das schon Der wird das schon machen Oder Wir verrecken einfach Oh Na Gut Danke Warum wird es Oh shit Hm Ist es jetzt doof Wenigstens ist Arbok verreckt Aber jetzt kriegt schon wieder Verdammter maße Keine xp man So scheiß Und der Gegner Hat natürlich Ist jetzt gemoxt Darum Gehe ich einfach mal Mit den Kämpfer denn Ja Ich meine Terminus ist Ich will halt erst mit denen Kämpfen die Kleiner's Level sind Also irgendwie hinterher kommen Und ich muss auch gleich mal schauen Wie das Mit Mit der Attacke Verdammit Das ist Der müsste doch Hat er nicht return Aber ich hab ihn Ist wohl wieder weg gemacht Schade So Egal Mal schauen Oh shit Sehr effektiv Zum Glück ist er ziemlich tanky Und die ist jetzt auch noch Hier Pff Takedown Ekelhaft So Unser Kumpel macht leider nicht Ganz so viel Schaden Wie Erhofft Aber Wir sind auch Wir sind tanky genug Das sollte kein Problem sein Ach Oder vielleicht doch Wenn wir weiterhin so viel Schaden machen Ekelhaft Mann Schlimm Na toll Noch weniger Angriff Hört auf ihr Drecksgegner Ey Ich will doch hier nur I vernichten Oh shit Ah Aua Toll Zum Glück ist Theo Komplett nutzlos Super Super Sache Am besten wäre es wahrscheinlich Wenn ich es einfach auswechsel Die können mich mal die Drecksäcke Los Rocky Du bist der Verdichter Alles Übels Du bist Knoblauchstein Wenn der das nicht schafft Weiß er auch nicht Oh Ja bitte Vernichte dieses Videokartfing Ding Nicht Rocky Oh shit Das Schaden ist schon heftig Und natürlich Ein Burn Tankespiel Mann Ist doch Dreck Okay Es ist die Frage Sind wir schneller Oder sollen wir eine Prioratacke einsetzen Dann wird die Prioratacke Überhaupt killed Ich werde einfach Aber Aua Eine Prioratacke einsetzen Und Ops Und hoffen Dann kann ich gleich wieder Zurück Um zu heilen Aber ich habe gar keine Prioratacke mehr Irgendwurde einfach Trainpunch Trauform nicht Ja Ich will da Ich noch auswechseln Fuck you Zum Glück ist es nicht Das Also der macht das Wahrscheinlich Um dafür zu sagen Dass unser Angriff Die ganze Zeit sinkt Also die Gegner machen das Weil Abok hat natürlich Intimidieren Was ziemlich nervig ist Ja Voll assi So Jetzt sollte aber gleich Nur Abok übrig Oder auch nicht Sein Aber egal Egal Oh man Oh man Erstmal Burn Angriff runter Jetzt kommt gleich noch Abok Das ist ein bisschen Dreckig Ich greife einfach mal Train's Kur an Und hoffe Dass wir zuerst treffen Und Videocard kann den Rest machen Bei Abok Obwohl er wahrscheinlich Eh nur voll verkacken wird Aber egal Ich will da erst Ich will nicht Das ist das Drecksfick Weg jetzt hier Und ich meine Nach dem Kampf Gar nicht eh die Folge Wieder beenden Das ist die Frage Ob ich vielleicht Den Marsi Ein bisschen level Oh shit Oh Überlebt er Oh nicht Das habe ich nicht erwartet Hat er davon nicht Den gleichen Angriff überlebt Oh Nucleon Oh das ist schon Ein cooles Pokémon War es noch eins Willst du mich verarschen Egal Nucleon wird jetzt vernichten Oh shit Kein Schaden Ha Oh shit Er hat ziemlich viel Schaden genommen Jaja Nucleon wird vernichten und so Ihr wisst schon Oh man Egal Schau mal wie viel Gigatrain so macht Kofliff Das müsste jetzt aber Mehr Schaden machen oder Egal Erstmal ein bisschen gigatrainet Und Ach verdammt nochmal Rocky Warum bist du so nutzlos manchmal Wir müssen gleich mal schauen Rocky ist doch eher physisch Warum haben wir gigatrain drauf Warte mal Das Vieh ist doch verreckt Sorry Rocky Wenn ich jetzt Bullshit gelabert habe Ich dachte das hätte überlebt Oh Dann wird hier komplett vernichtet Vielleicht noch vom Gift weg Theo ist gleich am Arsch Heilige Toastbrotscheibe Tja Aber er hat noch Pokémon Wir kennen ja sein Team So Schön heilen Jetzt mal schauen wie viel Schaden es wirklich macht So Keine Ahnung Nicht unbedingt viel Aber Da nur unser Angriff runtergehauen wurde Macht es natürlich mehr Als die anderen Attacken Oh Was Wie die hier vernichtet werden Also Wie der Theo hier vernichtet wird So Jetzt bitte keine Gegner Pokémon mehr Danke Wie schrecklich So Weg mit dir Pieci pieci So Fast level ab Du kannst dir Deine Deine Verteilung hier nicht Setzen lassen Toll übersetzt Schon wieder Also Was Jetzt Schast mir Werde Stuck dir Teils Morgen Heißt In Usher Ja Die sind wohl Mehr Organisiert Oh Liegt wahrscheinlich An Urain Die Kommandiert Und so Also Wissen die Dass wir hier Sind Wir haben Das element Der Überraschung Verloren Also Eh Nicht so Wichtig Cool Ihr Kann Eh Nicht Von Uns Weckern Nicht Für Mal Dann Los Verfolgen Wir Ihnen Und Wenn wir Dieses Komische Pokémon Wiedersehen Dann Werd Ich sofort Fahren Tschüss Okay Toll Danke Egal Ich werde Erstmal Die Fahrer Beenden Und Werde In Masi So Auf Ungefähr Level 50 Level Genauso Wie In Terminas Vielleicht Und Dann Sehen Wir Uns Das Nächste Mal Wieder Ciao